Tag 963. Heute gibt es viele Neuigkeiten aus der Region Kursk. Nachdem die Russen seit dem letzten Gegenangriff mehr als einen Monat lang zusätzliche Kräfte angehäuft hatten, beschlossen sie erneut, ukrainische Stellungen anzugreifen und drangen 10 Kilometer in die Westflanke ein. Die ukrainische Führung erkannte die Gefahr eines möglichen russischen Durchbruchs in Kursk und leitete sofort Gegenangriffe ein, um die überdehnten russischen Kräfte zu vernichten, wobei bereits mehr als 5 Kilometer zurückgewonnen wurden. Nachdem die Kontrolle über Snagosk und die umliegenden Gebiete zurückerobert worden war, schwand das Überraschungsmoment, was die russischen Angriffstruppen dazu veranlasste, sich für eine zweite Gegenoffensivwelle zu verstärken. Um dies zu unterstützen, erhöhte die russische Führung die Truppenstärke in der Region von 30.000 auf 50.000. Diese erhebliche Verstärkung der Gegenoffensive wird die Dynamik der Kämpfe in Kursk verändern, wo die russischen Streitkräfte den ukrainischen nun mindestens 3 zu 1 überlegen sind. Diese Verstärkungen wurden durch die Verlegungen von Truppen aus Kupjansk, Chasifia, Toretsk und anderen Gebieten ermöglicht, wodurch die russischen Offensivbemühungen dort geschwächt wurden. Da nun viele Kräfte verfügbar waren, konzentrierten die Russen ihre Offensive in Kursk und verlegten Panzerkolonnen entlang der Korone-Vasutscher-Autobahn in Richtung Selenischliak. Diese Siedlung liegt an einer wichtigen Straßenkreuzung, die für die ukrainischen Nachschubwege zu den nahegelegenen Dörfern Lyubimovka, Tostioluk und Novojivanivka entscheidend ist. Die Sicherung des Dorfes und der Straßenkreuzung würde es den russischen Streitkräften ermöglichen, entweder die halb eingekesselten ukrainischen Stellungen in diesen Dörfern anzugreifen oder sie zum Rückzug zu zwingen. Die russischen Truppen entschieden sich dafür, direkt entlang der Autobahn vorzurücken, da die Frontlinie in diesem Gebiet nicht klar definiert war. Die ukrainischen Truppen konzentrierten ihre Verteidigung in erster Linie auf die Dörfer und nicht auf das offene Gelände, wo keine Gräben und Befestigungen für eine dauerhafte Verteidigung angelegt worden waren. Kampfaufnahmen zeigen eine russische Kolonne von mehr als 30 gepanzerten Fahrzeugen, die ungehindert über die Autobahn vorrücken. Sie drangen schnell in Selenischliak ein und nahmen die wichtige Straßenkreuzung in Besitz. Dieser Volk hatte jedoch seinen Preis, denn ukrainische Offiziere bestätigten, dass 15 der 30 russischen Panzerfahrzeuge während des Angriffs zerstört wurden. Das vollständige und zensierte Filmmaterial des russischen Angriffs findet ihr auf unserem Telegram-Kanal über den Link in der Beschreibung. Zu allem Übel umging der russische Vorstoß über 10 Kilometer die ukrainische Hauptverteidigung und erreichte die Rückseite in der Nähe der Kreuzung, an der ukrainische Drohnenoperatoren stationiert waren. Auf diese Weise konnten die russischen Sturntruppen neun Drohnenführer gefangen nehmen, die nichts von der Annäherung des Feindes wussten. Letztendlich eroberten die russischen Streitkräfte einen großen Teil der Koreneva-Sutscha-Autobahn sowie Selenischliak, Novoivanivka und die Hälfte von Leonidovo zurück. Obwohl die Russen nur 10 Kilometer vorrückten, dehnten sie ihre Linien dabei auf fast 30 Kilometer aus, was sie in eine prekäre Lage brachte. Durch diesen Vorstoß entstand ein Vorsprung mit ukrainischen Truppen in Olgovka und Matievka im Norden und Lyubimovka im Süden, was eine Falle in Form eines Drachenkiefers bildete. Von diesen günstigen Positionen aus starteten die ukrainischen Truppen Gegenangriffe, die darauf abzielten, die russischen Kräfte entlang der Autobahn abzuschneiden und versuchten, die Angriffsgruppe bei Selenischliak einzukreisen und zu vernichten, indem sie den Drachenkiefer um sie herum schlossen. Unmittelbar nach dem russischen Durchbruch starteten die ukrainischen Streitkräfte einen Gegenangriff, bei dem sie Leonidovo und Novoivanivka zurückeroberten und damit fast fünf Kilometer der russischen Gewinne ausglichen. Dies zeigte, dass die ukrainischen Streitkräfte trotz des schweren russischen Angriffs ihre Offensivfähigkeit behielten, während die Russen, die erhebliche Verluste erlitten hatten, Mühe hatten, ihre Stellungen zu halten. Die russische Angriffsgruppe, die 50 Prozent ihrer Fahrzeuge und Truppen verloren hat, wird sich aufgrund ihrer verwundbaren Position wahrscheinlich nicht erholen. In der Zwischenzeit können die ukrainischen Truppen in Olgovka, Matyevka und Lyubimovka, die nur minimalen Schaden erlitten haben, die Autobahn angreifen, die die russischen Truppen in Selenischliak versorgt. Da die russischen Streitkräfte noch keine Verstärkung für ihre Verluste erhalten haben, besteht die Gefahr, dass sie eingekesselt werden, zerstört werden und zusammenbrechen, wenn sie die Angriffe auf ihre Flanken nicht verstärken. Insgesamt lässt sich festhalten, dass es den ukrainischen Streitkräften gelungen ist, die russischen Offensiven in Charkiv, Chasifia, Toretsk und anderen wichtigen Fronten aufzuhalten, indem sie die Verlegung von über 50.000 russischen Soldaten nach Kursk erzwangen. Die ukrainischen Soldaten waren davon ausgegangen, dass sie Chasifia nur bis zum Ende des Sommers halten könnten. Doch die Operation in Kursk stoppte die russischen Vorstöße dort für über drei Monate vollständig. Russlands jüngste Erfolge in Kursk sind zwar beachtlich, aber die Russen haben sich dabei überdehnt und sind nun anfällig für einen koordinierten ukrainischen Gegenangriff, der sie zurückdrängen und den Rachen des Drachens schließen könnte. Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, ob es Russland gelingt, seine Flanken zu stabilisieren und die Verluste auszugleichen, während die Ukraine ihre Nachschublinien zu den Städten nördlich und südlich des russischen Vormarschs sichern muss, um sich auf weitere Gegenangriffe vorzubereiten. In unserer heute erschienenen strategischen Analyse ordnen wir die Erfolge ein, die die Russen im Laufe dieses Jahres in der Ostukraine erringen konnten. Diese exklusiven Videos sind ein besonderes Dankeschön an alle, die unsere Arbeit durch eine Kanalmitgliedschaft auf YouTube oder auf Patreon unterstützen. Ganz besonders bedanken wollen wir uns bei Tim Werner für seine großzügige Hilfe. Wenn ihr auch Teil dieser Gemeinschaft werden wollt, findet ihr die Links dazu in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.